Ein Video, auf das ihr schon sehr lange hingefiebert habt und ich habe es euch ja versprochen, sobald die Blütezeit bei den Venusfliegenfallen rum ist, dann machen wir mal hier ein großes Video, wo wir die ganze Sammlung im Detail zeigen und wir haben jetzt vor kurzem die ganzen Blüten abgeschnitten, die letzten Samen geerntet und die Pflanzen haben nochmal richtig kräftig durchgetrieben, haben jetzt richtig große, dicke Fallen, tolle Ausfärber, es sieht einfach genial aus und ganz viel Spaß mit dem Video jetzt. Ja und damit ganz herzlich willkommen hier bei Green Jaws, ich bin Matze und heute seht ihr den ersten Teil unserer großen Dionea-Sammlung und es sind einfach so viele Pflanzen, weit über 200 verschiedene Klone, Sorten und das müssen wir einfach aufteilen und im ersten Teil heute geht es so ein bisschen um die allgemeinen Klone, die so weltweit einfach verbreitet sind und im zweiten Teil, da geht es dann so um die eigenen selektierten Klone aus unserem Zuchtprogramm, also beides auf jeden Fall sehr spannend und falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich es jetzt ganz schnell tun, damit ihr den zweiten Teil auch nicht verpasst und weil es so umfangreich ist, möchte ich jetzt auch gar keine Zeit verlieren und würde sagen, wir starten jetzt gleich direkt durch, da vorne bei der 1955. Ja und die 1955, das ist hier ein Klon aus Amerika vom Robert Zimmer oder auch unter Bob Zimmer bekannt, ist eine ganz typische Pflanze, wie sie auch in der Natur vorkommt, also eine Naturform und 1955 hat er sie bereits schon als Pflanze gezogen, das war auch so eine seiner ersten Pflanzen und damals zu dem Zeitpunkt waren natürlich alle noch wild gesammelt, deswegen kommt diese der Naturform natürlich sehr nahe und sieht einfach klasse aus, kriegt sehr große Fallen, auch sehr dunkelrot gefärbt, hat richtig starke Zähne und einfach ein klasse Klon. Weiter geht es hier direkt mit der 1979 vom Mike King, haben wir hier dieses Exemplar, die Geschichte hier ist so ein bisschen ähnlich, das war nämlich die allererste fleischressende Pflanze, die der Mike im Jahr 1979 erhalten hat, damals die Pflanzen natürlich auch noch in der Natur gesammelt, deswegen ist das auch eine schöne Naturform, kriegt auch riesengroße Fallen, so über vier Zentimeter und die färben sich richtig tiefrot aus, also es geht schon so richtig ins Schwarze hinein. Im Sommer wachsen sie so ein bisschen aufrechter, da kriegen sie dann eher so langstielige Blätter, im Frühjahr und gegen Herbst sind sie wieder flacher auf dem Boden aufliegend und der Mike war im Jahr 1979 eben noch ein kleines Kind und da waren sie in England an irgendeinem Bahnhof unterwegs, wo so ein kleiner Blumenladen war, der tatsächlich Venusfliegenfallen verkauft hat und daher stammt auch diese Pflanze und die hat sich halt bis heute erhalten und ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte und auch eine super Pflanze. Ich muss immer kurz gucken, weil das System ist so, das sind ja meine Mutterpflanzen und es sind immer quasi fünf Töpfe hintereinander, ist immer das Gleiche. Dann haben wir hier wieder drei, zwei und jetzt sind hier wieder die nächsten fünf, deswegen wundere ich euch nicht, wenn ich mal so ein bisschen suchen muss, aber fünf Stück sind immer das Gleiche, das ist einfach so mein Bestand an Mutterpflanzen. Hier haben wir eine super schöne, die Adentate, die wurde 2010 vom Carsten Paul, das ist hier auch einer aus Deutschland, in einem Gartencenter entdeckt und das Schöne ist hier, die hat kaum noch Zähnchen dran, also die werden ganz, ganz klein, manchmal verschwinden die auch fast komplett und kann sich auch ganz intensiv rot ausfärben, macht im Frühjahr eher so flache Fallen, im Sommer eher aufrechte, die Fallen ja so wie hier so zweieinhalb bis drei Zentimeter etwa groß und eben diese Mini-Zähnchen und auch eine super schöne Pflanze auf jeden Fall. So, hier geht es direkt weiter mit der Acairio, jetzt gucke ich mal die Pflanze, sieh doch hier, ah ne, nehmen wir doch die hier, die ist noch schöner. Die ist richtig tiefrot ausgefärbt. Das ist ein Klon, der aus Amerika auch stammt, der wurde im Botanischen Garten in Atlanta 1996 gemacht und zwar war das Ziel, eine rote Dentata hervorzubringen und es wurde eine Holland Red mit einer, ja Dentata war es so Dentate Shark Tees gekreuzt, also eine mit so dreieckigen Zähnen und das Ziel war quasi eine Falle mit dreieckigen Zähnen, aber komplett rot, das hat damals aber nicht geklappt und aber herausgekommen ist diese komplett rote, große Fallen, macht auch so längliche Zähne, Acairio ist japanisch und bedeutet roter Drache und sieht auch auf jeden Fall richtig toll aus, ein schöner roter Klon. Ja und weiter geht es hier mit der Alien, die wurde vom französischen Züchter Billy Golom bei Carniflora entdeckt, das ist eine große Gärtnerei in Holland und die produzieren natürlich Fliegenfallen in millionenfacher Weise pro Jahr, da kommen auch Mutationen immer recht häufig mal vor und die hat Billy Golom aus Frankreich im Jahr 2008 dort entdeckt, bei einem Besuch, übrigens die Cookie Lash, die wir später noch sehen, hat er zeitgleich entdeckt und Alien, wir müssen es mal, hier die Falle ist vielleicht ganz cool, hier wenn wir mal so von frontal drauf gucken, das sieht halt aus wie so ein Aliengebiss aus dem gleichnamigen Film Alien und danach ist die eben benannt und sieht auch ziemlich cool aus, macht nur ganz kleine kurze Blätter immer, die fallen relativ stark gebogen und hat auch ganz tolle Zähne, die sind auch manchmal so ein ganz bisschen miteinander verwachsen oder haben so mini Zähnchen bisschen mit drin, sieht auf jeden Fall fantastisch aus und die Fallen können auch so, ja so viereinhalb Zentimeter etwa groß werden, auf jeden Fall ein ganz toller Klon. Ja hier haben wir als nächstes die All Green, das ist eine Pflanze, die immer komplett grün gefärbt ist, man könnte auch sagen eine anthocyaninfreie Form, wächst zumeist eher flach und die Fallen werden so drei, dreieinhalb Zentimeter ungefähr groß, ist natürlich immer ein super Farbklecks, auch so im Moorbeet dann drinnen und die wurde von der australischen Gärtnerei Triffitt Park selektiert, auf jeden Fall auch ein sehr schöner Klon und gefällt mir auch besonders gut, weil es halt auch immer schöne Farbklecks sind, die man damit setzen kann. Hier hinten haben wir die All Red Fused, das ist ein roter Klon, der so verwachsene Zähne hat, also man sieht es hier ganz schön, da sind immer die Zähne so ein bisschen leicht miteinander verwachsen oder hier bei dem Blatt sieht man es auch ganz gut, die Abstände zwischen den Zähnen sind dadurch auch immer ein bisschen größer, die Fallen werden jetzt nicht allzu groß, also so, ja so bis drei Zentimeter sage ich mal, macht auch eher so lange Blattstiele, besonders im Sommer wächst die so nach oben, hier sehen wir es vielleicht noch ein bisschen besser bei der Pflanze, also die wächst hier wunderbar nach oben und sieht auch klasse aus, ist auf jeden Fall eine kleine Besonderheit. Und ihr merkt schon, es geht hier alles alphabetisch durch, wir sind jetzt hier von den Zahlen nach A, B, C und so weiter, so ist nämlich die ganze Sammlung hier aufgebaut, das ist alles alphabetisch sortiert und da arbeiten wir jetzt einfach Stück für Stück durch. Hier haben wir die Angel Wings, die wurde von Sven Leonard selektiert im Jahr 2010 und die Fallen, die sind so ein bisschen eingedellt, eingebeult könnte man sagen, von unten so vielleicht leicht umgekrempelt und sehen so ein bisschen aus wie so Engelsflügel für ihn, daher hat er die benannt und ihr seht jetzt, wenn ich so den Test mache, die Fallen sind teilweise schon so stark verkrüppelt, dass die schnappt jetzt noch zu, aber die anderen, wenn die Wölbung einfach zu groß ist, die Verkrüppelung zu groß ist, können die auch nicht mehr schließen und es kommen manchmal so ein bisschen mehr normalere, die nicht so stark gewölbt sind, die können dann auch schon mal was schließen, aber das sind jetzt keine großen Fliegenfänger, muss man ganz klar sagen, bleibt auch eher kleiner, die Fallen so 2, 2,5 cm, hat nur ganz kurze Blattstiele auch, aber auch auf jeden Fall, was sehr ausgefallen ist, kann sich auch sehr dunkelrot ausfärben, die ist ein bisschen besser ausgefärbt, aber eher langsam wachsend und dieses Jahr mit den unheimlich vielen Sonnenstunden, die wir haben, ist es natürlich nicht so eine schöne Färbung bei jeder, aber insgesamt bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der Ausfärbung. Australian Red Rosette ist die nächste hier, sehr schöner Klon aus Australien, danach ist er benannt und weil die einfach sehr dunkelrot färbt, deswegen so eine rote Rosette bildet, daher kommt also der Name, macht so um die 4 cm große Fallen, hat so ganz starke, stabile Zähne und kriegt eben diese ganz intensive Rotfärbung, das ist so das Typische für diese Pflanze, auch ein super schöner Klon. So, jetzt gucke ich mal, was das nächste hier in der Reihe ist, Aurea borealis vom David Schwarz aus Tschechien, das ist ein Klon, der sich teilweise immer so ein bisschen weißlich ausfärbt, gerade aber nicht, hat aber eine schöne Rotfärbung, hat so leichte, dreieckige Zähne auch, und ja, soll sich angeblich auch so ein bisschen weiß ausfärben, aber habe ich jetzt schon längere Zeit nicht mehr beobachtet, aber ich muss an dieser Stelle auch gleich mal sagen, nicht jede Fliegenfalle zeigt immer die typischen Merkmale, sondern die haben durchaus auch verschiedene Plattformen in der Saison und gerade so im Frühjahr, Sommer, Herbst, so diese drei Formen unterscheidet man und viele haben halt im Frühjahr und im Herbst was oder zeigen nur im Frühjahr ihre typischen Erscheinungsbilder und so ist es bei jedem Klon so ein bisschen anders. Jetzt kommen wir mal zu einer sehr beliebten, die B-52, ich glaube, die kennt ihr alle, aber kennt ihr auch alle die Story dahinter, die hat nämlich Henning von Schmeling selektiert, klingt erstmal sehr deutsch, aber er lebt tatsächlich in Georgia, in Amerika und er hat damals Samen von einer Carolina Giant, war das, die hat er selbst bestäubt und hat daraus Samen ausgesät, da sind sieben Stücke gekeimt und die hat er dann alle erstmal durchnummeriert nach seinem Klonsystem, A1, A2, A3, A4 und so weiter und hat die schon so ein bisschen nach Größe sortiert, also A1 war dann das Größte, A2 die zweitgrößte und so weiter und später hat er dann daraus die A1 selektiert, weil das einfach die Größte war und hat die dann aber nochmal umbenannt in B-52, also B-52 nach dem großen amerikanischen Bomber. Das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter, da gab es in der letzten oder in der Vergangenheit auch immer so ein bisschen Verwirrung, weil es hieß, ah, das B steht für die zweite Generation in seinem Klonnummern-System, so war es aber nicht, so ist es tatsächlich nach dem amerikanischen Bomber benannt, weil die einfach so groß wird und die B-52 kommt wirklich auf über 5 cm, macht auch schöne große Fallen, die oftmals sehr flach aufliegen, können aber auch mal in die Höhe stehen und kriegt auch eine ganz tolle Rotausfärbung, ist auf jeden Fall eines der größten Klone und wurde auch 2006 registriert bei der ICPS und in dem Jahr auch selektiert. Auf jeden Fall ein super schöner Klon. Hier haben wir dann als nächstes die Barracuda, auch vom David Schwarz aus Tschechien wieder, auch eine sehr coole Pflanze, geht auch so komplett in die Richtung von Triton, die sehen wir nachher nochmal, auch sehr grünlich, hat auch diese verwachsenen Zähne, hinten auch immer so zusammengewachsen, wie so eine Cup Trap und ja, auch auf jeden Fall ein sehr schöner Klon. So, weiter geht es mit der, ah ne halt die große, die kommt erst im Teil 2, das ist ja die Giant Form, also von den eigenen Klonen, weil wir haben hier quasi die Trennlinie auf der anderen Tischseite, da steht so das eigene Zugprogramm, die eigenen Klone und auf dieser Tischseite hier, da stehen so die ganzen Allgemein-Klone, sag ich mal, und die seht ihr dann im nächsten Video, also im Teil 2. Jetzt gucke ich mal, wir können nicht alle 200 Klone durchmachen, deswegen, ich werde auch immer zwischendrin mal so ein paar auslassen, wundert euch deswegen nicht. Wir gehen hier mal zur Beastie Boy, weil wir gerade bei den Großen schon waren, die Beastie Boy, eine vom Insalter aus Wales, auch eine ganz tolle Pflanze, hat auch so ganz starre Zähne, guckt mal, das sieht doch genial aus, macht riesengroße Fallen, die färben sich auch richtig schön aus und die wächst auch eher so flach und im späten Frühjahr, würde ich mal sagen, kommen aber auch so ein paar aufrechte Blätter, aber sonst hat die eher so eine flache Rosette und sieht aber auch richtig klasse aus. Big Tees Red Giant ist die nächste hier, ein Klon aus Tschechien, von Kamil Pasek selektiert, weil die so ganz robuste Zähne hat, auch wieder große, dicke Zähne und einfach eine schöne, rote Ausfärbung kriegt. Die Fallen öffnen sich teilweise auch sehr weit und es ist ein mächtiger Klon, vier Zentimeter große Fallen, immer flach auf dem Boden aufliegen, sehr schöne Pflanze auf jeden Fall. Einer meiner Lieblingen, die Dionea Bimbo, ein Klon vom Dr. König und da kann ich euch eine nette Anekdote zu erzählen, weil ich habe Dr. König mit ein paar Freunden zweimal besucht, ich hatte zweimal die Möglichkeit, einmal in 2007 und einmal in 2009 und 2009 haben wir die Pflanze bei ihm entdeckt und Dr. König kennt ihr wahrscheinlich hier schon von verschiedenen Pflanzennamen, war früher ein ganz großer Name in der Szene, auch heutzutage noch, aber ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, wo ich ihn damals besucht habe, war er glaube ich schon 87 oder so, ist danach, kurze Zeit später, leider sehr an Demenz erkrankt und seine ganzen Pflanzen sind auch dann irgendwie aufgelöst worden und deswegen war ich froh, dass ich noch zweimal bei ihm war und da noch einige Klone selektieren konnte, die wir heute noch in den Sammlungen haben und die Bimbo kommt auch von ihm und ich weiß noch, wir sind damals in seiner, er hat immer sehr viel experimentiert und deswegen hat er im Keller unten so ein kleines Labor drin gehabt und wir hatten auch einen Swimmingpool im Keller drin und da war aber nie Wasser drin und da hat er so ein bisschen sein Labor eingerichtet gehabt und nebendran war noch so ein kleines Räumchen, wo viele so Schwerlastregale standen mit Aquarien drin und damals hatte man noch diese T8-Leuchtstoffröhren, das sind so ganz dicke Röhren gewesen und unter einer dieser Röhren stand auch ein kleines Terrarium, also das war wirklich nur so ein kleines Ding und das war voll mit Bimbo, allerdings alle mit nur mini-kleinen Fallen dran und die hatten so ganz hochgeschossene Blätter, also so 20 Zentimeter lange Blätter, weil diese T8-Leuchtstoffröhren einfach schon über 20 Jahre alt waren und da ist es zwar sehr hell, wir empfinden es als sehr hell, aber für die Pflanzen ist einfach gar kein verwertbarer Lichtanteil mehr und deswegen waren die total vergeilt und da hat er gemeint, na das sind die, wo bei ihm so am größten werden, mit den größten Blättern, ich dachte mir, naja, die sind halt eigentlich nur vergeilt, aber okay, nehm ich mal eine mit und das war halt echt so 20 Zentimeter lommelige Blätter und dann stelle ich die, topfe ich die, stelle die bei mir ins Gewächshaus und dann wird das eine der schönsten Pflanzen überhaupt und die Bimbo, die macht tatsächlich so weit über 4 Zentimeter große Fallen, die Fallen färben sich intensiv dunkelrot aus und die ist jetzt gerade nicht das schönste Exemplar, muss ich dazu gestehen, aber an und für sich eine superschöne Sorte und immer, wenn ich die sehe, muss ich halt an die Zeit damals denken, wo wir Dr. König besucht haben und ich halte sie auf jeden Fall in Ehren, weil es ist ein super Klon und ich glaube, eine ganz nette Story behind. Ja, hier geht es weiter mit Biohazard 2, Klon 2, welche nehme ich jetzt hier, die sieht doch gut aus. Christian Klein hat im, ja ich glaube, es war so 2009 etwa, 2008, 2009, ich bin mir nicht ganz sicher, die Biohazard selektiert, die sah eigentlich ziemlich genauso aus, die war aber nicht stabil, das heißt, es kommen bei Fliegenfallen auch immer mal wieder so Mutationen vor, wo die auftauchen, die sind dann aber nicht stabil, dann verschwindet es wieder und dann zeigt er einfach nicht dieses typische Erscheinungsbild und so ging es damals mit der Biohazard und man musste die quasi immer ständig schnell vermehren, damit man diese Mutation hat und wenn man es mal nicht gemacht hat, ist die Mutation rausgefallen, also über Blattstecklinge vermehren, ist die Mutation ausgefallen, das war einfach eine typische Bionär und ein paar Jahre später, so zwei, drei Jahre später, hat er dann tatsächlich die Biohazard 2 nochmal selektiert bei sich, bei seinen Sämlingen und die sieht also echt wie so ein biologisches Unglück aus, daher auch der Name, die hat, sieht auch immer ein bisschen anders aus, deswegen ist es schwer, ein bisschen zu beschreiben, aber die hat meistens so einen doppelten Zahnrand, wo einfach, ja, die Zähne auch so verwachsen sind, unterschiedlich lang sind, mal so ein bisschen ausgefranste Fallen, wie hier jetzt, oder so Auswüchse an den Seiten dran, also, es sieht immer ein bisschen anders aus, auf jeden Fall sehr spektakulär, hier hängt sogar noch eine Fliege drin, also teilweise schaffen es die Pflanzen echt noch was zu fangen, wir können auch mal den Test machen, ihr seht es auch, sie schließen sich noch, aber die Zähne können natürlich nicht schön ineinander greifen, aber mit viel Glück fängt auch so eine Pflanze mal die eine oder andere Fliege, auf jeden Fall sieht es spektakulär aus, bleibt auch immer grün, also kriegt keine Rotfärbung. Die nächste hier ist Bristle Tooth, auch eine schöne Pflanze, kommt aus Australien von Triffid Park, wurde dort in den späten 90er entdeckt und Bristle heißt so borstig, weil die Zähne, man könnte auch Sägezähne sagen, aber weil die wie so ausgefranst sind, so kleine Borsten, wächst immer schön flach, dunkelrote Fallen und eben dieser interessante Zahnrand, auch ein ganz schöner Klon. Burbank's Best, das ist eine, die eher flach wächst, grünlich, leichte Rotfärbung so manchmal zwischendrin aufweist, sieht auch ganz nett aus. So, was haben wir hier? Charlie Manson Spotted, das ist eine, die so, jetzt muss ich mal gucken, ob ich eine dabei habe, wo noch die Flecken drauf sind, nee, die macht hauptsächlich im Frühjahr auch ziemlich so gefleckte Fallen, aber gerade sehen wir die nicht, hat aber eine schöne Rotfärbung, Fallen werden jetzt auch nicht so groß, aber sehr kompakt, wie ihr seht und sehr zahlreiche Fallen, auch. Clayton's Red Sunset, das ist ja was ganz Schönes, muss ich mal nach dem schönsten Exemplar gucken hier, das ist glaube ich die hier hinten, kommt auch aus Australien von Triffitt Park und wurde dort von Colin Clayton selektiert, der hat ein paar Samen aus Amerika ausgesät und da waren so ein paar Rote dabei, unter anderem diese Clayton's Red Sunset, die ganz toll ist, aber viel schöner finde ich seine zweite Selektion, die Clayton's Volcanic Red, nehmen wir mal die hier, die wird wirklich richtig intensiv, dunkelrot, macht auch sehr große Fallen und ich finde teilweise schimmern, die Fallen so ein bisschen so lila Farben dann, je nach Lichteinfall, aber auf jeden Fall ein ganz toller roter Klon, ist wirklich so einer der absoluten Favoriten bei den roten Pflanzen. Hier habe ich einen Klon aus der Wilhelma, habe ich mal vor vielen Jahren gekriegt, sieht, ist in der Wilhelma, also botanischer Garten in Stuttgart, zoologisch botanischer Garten in Stuttgart, ist dort so die ganz typische, was sie dort kultivieren, ich finde, die sieht aber so ein bisschen anders aus als vielleicht eine 1979 oder 55, wo wir vorher gesehen haben, die so die typische Naturform ist und die hat irgendwie ja robustere Zähne, stärkere Zähne und so, wächst auch immer schön flach, sieht nochmal ein bisschen anders aus, ganz netter Klon eben aus der Wilhelma. So, Klon X11 haben wir hier, sind jetzt nicht so ausgeputzt, aber das zeigt einfach die Realität, wie es halt gerade aussieht hier und im Sommer ganz normal, dass die Frühjahrsfallen auch teilweise schon ein bisschen abgestorben sind. Ist ein tschechischer Klon, kommt auch von Kamil Pasek, die hat immer sehr einen aufrechten, wuchs, dünne Blattstiele und hat so sehr markante Zähne, finde ich ganz witzig, kann sich auch sehr dunkelrot ausfärben. Die frischen Fallen sind jetzt natürlich noch nicht so gefärbt, weil die frisch geöffnet sind und einfach noch die Sonnenstrahlung und Wärme fehlt, aber die Dunkeln bestimmt noch ein bisschen nach, aber auch eher so ein bisschen was Graziles, sage ich mal, Kleinbleibenderes, aber auf jeden Fall was sehr Schönes. Ah, hier dahinter, die muss ich jetzt einfach mal rausholen, die Nosferatu. So, eine aus unserem Zuchtprogramm, guck mal, die sieht auch mega geil aus gerade, aber dazu mehr im zweiten Teil unseres Dioneer-Videos dann. Cougillage ist die nächste, auch ein ganz toller Klon aus Frankreich, wurde 2008 von Billy Gollom entdeckt, auch wieder bei Carniflora und zusammen mit der Alien, die wir ja vorher schon gezeigt haben. Cougillage ist das französische Wort für Muschel und dazu müssen wir jetzt mal die Falle schließen, weil dann seht ihr jetzt hier, das sieht so aus wie so eine Muschel, wie eine geschlossene Muschel. Daher rührt also dieser Name, finde ich auch sehr passend. Wächst auch immer flach. Ja, die zickt manchmal ein bisschen rum, also das ist tatsächlich so eine richtig zickige Venusfliegenfalle. Wächst ja manchmal gut, manchmal weniger gut. Die Fallen werden so bis drei Zentimeter etwa groß, kriegt auch eine schöne Rotausfärbung. Auf jeden Fall ein ganz toller Klon, wenn sie bloß ein bisschen besser wachsen würde. Crested Petty Roles haben wir hier, auch ganz tolle Pflanze, die macht hier so, ich sage mal so ein bisschen dreieckige Blätter oder so rautenförmige Blätter und kriegt dann stellenweise auch immer diese Auswüchse auf den Blättern hier oben drauf. Sieht auch ganz witzig aus. Interessanter Klon. Es ist halt eh so mit den Klonen immer, es gibt ja so eine große Bandbreite und so viele verschiedene Klone. Nicht jeder Klon gefällt natürlich immer jedem, ist ja ganz klar. Aber ich glaube, bei der ganzen Bandbreite, die wir haben, ist für jeden etwas dabei. Und jeder kann sich also seine Lieblingsklone ein bisschen raussuchen. Deswegen stellen wir euch ja die auch alle mal ein bisschen vor hier. Crocodile, was ganz toll ist, wurde auch 2008 von der Meli Danata aus Italien selektiert oder entdeckt. Das Interessante ist hier, ich tue mal diese Falle hier vorsichtig zur Seite biegen, weil bei der anderen sieht man es ein bisschen besser. Oder wir machen die gleich zu, dann, ah, jetzt geht die andere zu. Also, aber jetzt sehen wir schon viel besser, was ich euch nämlich zeigen will. Wir haben nämlich hier das Verbindungsstück, dieses kurze Petiole, dieser kurze Stiel zwischen Falle und Blatt, der fehlt hier nämlich. Und da ist das Blatt direkt in die Falle reingewachsen oder mitverwachsen und deswegen können die auch hier nicht ganz richtig schließen. Die können zwar verdauern, aber hier ist dann immer ein bisschen offen und da rindt auch meistens dann der Verdauungsaft immer mega raus. und weil das halt wie so ein, ja, wie so ein bisschen so ein Krokodil aussieht, dass das so liegt. Deswegen hatte ich diesen Namen bekommen und ist ein ganz schöner Klon. Leider auch ein bisschen langsam wachsend und manchmal auch ein bisschen zickig, aber toller Klon. Und dann gibt es noch die Krokogans, die seht ihr hier dahinter. Das ist eine Kreuzung zwischen Krokodil und Corrigens. Corrigens ist quasi ähnlich wie auch diese Krokodil. Die macht aber nochmal so eine Falte quasi zwischen vor der Falle und nach dem Blatt so und dass die Krokodil nicht hat. Und die Krokogans ist quasi eine Kreuzung zwischen Krokodil und Corrigens. Corrigens sehen wir aber nachher noch, wenn wir beim Buchscham K angekommen sind. CrossTee, das ist auch was ganz, ganz Schönes. Welches Exemplar nehme ich? Die sehen gerade alle richtig geil aus. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Topf hier heraus. Die hat ganz markante Zähne. Hier bei der Falle sieht man sehr schön so diese miteinander verwachsenen Zähne, teilweise auch sehr lang, kriegt eine irre tolle rote Ausfärbung. Bleibt auch eher flach wachsend, klein die Fallen, so zweieinhalb, maximal drei Zentimeter groß, kann aber irre dunkelrot werden und hat eben diese gekreuzten, die sind schon ein bisschen alt, die Fallen, die wollen nicht mehr zugehen. So hier, ja, das war ein Chaos natürlich. Also ihr seht schon, lange Zähne auch und teilweise eben sehr schön verwachsen. Das war schon eine alte Falle, aber man erkennt es hier glaube ich noch recht gut. Also auf jeden Fall ein super schöner Klon. Hier ein ganz toller Klon, Dionea Cup Trap oder auch als Cup Trap bezeichnet, je nach Schreibweise, sieht aus wie so ein Becher, wenn man es so hinhält, weil die halt hinten verwachsen ist, also hier am oberen Ende, ich glaube hier vorne bei der Falle, sieht man es ganz gut, hat immer sehr markante Blätter, entweder langstielig oder flach auf dem Boden aufliegen, dann zeigen die auch so eine sehr rautenförmige Form und dann immer diese Becherfalle halt hinten dran. Die wurde mal in einem In-Vitro-Labor in Amerika selektiert, die haben die in Massenproduktion, Massenvermehrung gemacht bei Fliegenfallen und da ist irgendwann mal zufällig diese Mutation aufgetaucht, da war die aber schon in Massen vermehrt und Gott sei Dank, weil sonst hätten wir die heute vielleicht gar nicht, aber das ist Dionea Cup Trap. Dann hier springen wir mal wieder ein bisschen zur DC XL. DC XL ist aus unbekannter Quelle, aber David Connor, dafür steht es DC, hat die irgendwann mal kultiviert und wurde dann später ihm zu Ehren benannt. Riesengroßer Klon, macht ja im Moment, sieht er gerade nicht so groß aus, wird aber echt richtig groß, kann ganz lange Stile kriegen und ich gucke gerade bei den anderen, und weit über 4 cm, 4,5 cm große Fallen und tolle Ausfärbung, wie man hier sehen kann. Degeneration, da gucke ich mal, hier sieht man es ganz typisch, ist ein Klon von Kai Becker, geht so in die Richtung, Cross Tea, sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus, die soll aber wohl einen besseren Samenansatz haben, weil die Cross Tea, habe ich auch noch nie Samen ernten können, und die soll einfach einen besseren Samenansatz haben, sieht aber ziemlich identisch aus. Dann haben wir die Dentata, das hier ist eine der ganz frühen deutschen Klone, die es gab, die wurde glaube ich schon so in den 80er und 90ern, bin mir gerade gar nicht so sicher, von Thomas Caro selektiert, und die hat eben auch solche Sägezähne hier, und ihr müsst euch vorstellen, wo ich 2005 war eigentlich das, wo ich so ganz groß mit meiner Sammlung angefangen habe, und zu der Zeit, es gab nicht viele Fliegfallen hier in Deutschland, auf dem deutschen Markt, es gab halt die typische, es gab sowas wie Big Mouse, Dentata, Fuse to, Cross Tea, und das war es eigentlich auch schon, eine grüne Form vielleicht noch, aber das waren so zwei Handvoll verschiedene Klone, die es damals gab, und die Dentata war eben eine davon, die ich eben schon in frühen Jahren auch schon gleich hatte, es ist dann halt so, umso mehr verschiedene Varianten man hat, und die miteinander durchkreuzt, umso höher ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass auch wieder was Besonderes fällt, und ich war schon einer der Ersten, der dann so angefangen hat, da gezielt so zu kreuzen, die verschiedenen Mutationen zu sammeln, habe mich dann auch intensiv mit anderen ausgetauscht, wir waren nur so eine ganz kleine Community damals, und haben da viel getauscht, und da ging es echt rum, Listen durch Forst, Bestandslisten, Sammlungen und alles, und da war es richtig im Sammelfieber, und heutzutage hat man eben hier einen ganzen Tisch voll, mit eigenen, aus dem eigenen Zuchtprogramm, also schon cool, wie sich das alles so entwickelt hat, und das war eigentlich so die große Leidenschaft des Feuer, wo es bei mir ausgelöst hat. Und die Dentata eben, wie gesagt von Thomas Caro, eher flach aufliegend im Sommer, kommen aber auch mal ein bisschen höhere Blätter, kann sich auch intensiv rot ausfärben, und hat eben diese Sägezähne hier, und damals auf jeden Fall einer der coolsten, die es gab, und ja, schöner Klon, den ich auf jeden Fall in Ehren halte, und der mich immer an meine frühe Zeit erinnert. Dann haben wir hier dahinter direkt die Dentata A, auch ein ganz toller Klon, nicht zu verwechseln mit Dentata, das sind zwei verschiedene, da hängt noch tatsächlich dieses A da hinten dran, und die Dentata A ist von Mirek selektiert, und der hat bei seinen Sämlingen einfach verschiedene Klone selektiert, und die gingen halt so in die Richtung Dentata, und zum Unterschied hat er da einfach mal, ja, es waren mehrere dabei, die wie so Dentata aussehen, und er hat die mit A, B, C und so weiter benannt, erst mal, dass er so ein Working Name hat, sag ich mal, und ja, der Name hat sich aber bis dato nicht geändert, und die ist jetzt einfach als Dentata A im Umlauf. Riesengroße Fallen, viereinhalb bis fünf Zentimeter, sind tatsächlich drinnen, ja, fünf vielleicht nicht ganz, aber annähernd, färbt sich tiefrot aus, die Fallen können flach aufliegend sein, die können in die Höhe wachsen, und die haben eben auch so ziemlich dreieckige Zähne, und sieht einfach richtig spektakulär aus, super schöner Klon, ich kann es immer nur wieder empfehlen. Kommen wir hier wieder zu einer richtig großen Leap Destroyer, bis zu fünf Zentimeter große Fallen, schöne rote Ausfärbung, und ich finde es auch klasse, hier sieht man es sehr schön, der Rand außen kriegt auch nochmal so einen ganz dunklen Streifen, unterhalb der Zähne, hier bei der Falle sieht man es hier richtig gut, ich kann es nochmal schließen, dann sieht man es mal von oben, so, sieht eigentlich aus wie so, wie wenn die noch Lippenstift drauf hätte, also wird auch riesengroß, ganz toller Klon, wurde auch hier in Deutschland mal in einem Gartencenter entdeckt. Dingley Giant, die macht so kirschrote Fallen, Giant mäßig wird sie aber nicht, also so bis drei Zentimeter groß, ich weiß nicht warum die Giant heißt, aber hat so ganz kirschrote Fallen, also mit dem Merkmal habe ich die mal gekriegt, sieht ganz nett aus auf jeden Fall. So, die nächste hier ist was ganz witziges, die Double Trouble, die hat immer so, ja die macht normale Fallen, die wir hier sehen können, und dann macht die immer so Fallen, die sich so, also gedoppelt haben, oder geteilt haben, aber ich habe hier noch ein besseres Exemplar vorbereitet, und guckt mal hier, da sieht es ziemlich markant aus, das ist eine der Verkaufspflanzen, die sieht ein bisschen interessanter aus, da erkennt man die verschiedenen Fallenformen, auf jeden Fall, kann grünlich sein, kann sich auch so leicht rötlich angehaucht ausfärben, und jedes Blatt sieht eigentlich anders aus, auf jeden Fall eine ganz witzige Sache, guckt mal hier, die ist gespiegelt, und dann sind hier auch nochmal zwei Mini-Fallen dran, also super interessant, ganz toller Klon, und hier die Double Trouble, Dracula, das ist was ganz Tolles, hier die da hinten, sieht doch scharf aus, die kommt vom Trav Kirks aus Irland, und der hat in 2005 eine G14, mit einer Dentei Traps gekreuzt, und aus den resultierenden Säblingen, ich glaube das waren so um die 200 Stück, hat er dann diese Pflanze hier selektiert, und wir machen die auch mal zu, weil die hat hier auch so einen ganz tollen roten Streifen, außen dran, hat auch eher so dreieckige Zähne, und weil die Zähne auch immer so ein bisschen so blutrot sind, uns an so Vampierzähne erinnern, daher hat er den Namen Dracula gewählt, da gab es auch mal ein bisschen Verwechslung, weil viele Pflanzen im Umlauf waren, die Dracula hießen, aber gar keine waren, das sind heutzutage die Dracula Fake Pflanzen, die sehen von der Morphologie her ein bisschen anders aus, wachsen eher in die Höhe, haben längere Zähne, nicht so dreieckig, kriegen auch nicht die intensive rote Färbung, aber trotzdem ein sehr schöner Klon, auch die Dracula Fake. Dann geht es weiter hier mit Alice Shark Tooth, finde ich super geil, den habe ich auch schon sehr, sehr lange in der Sammlung, kann man hier gucken, seit 2007 tatsächlich auch schon, die ist aber gar nicht so weit verbreitet, kennen auch gar nicht so viele, obwohl ich die schon sehr lange habe, und die hat ähnlich wie eine Fuse Tooth, sehr verwachsene Zähne, aber viel, viel krasser, also hier ist wirklich an der Falle zum Beispiel, komplett alle Zähne miteinander verwachsen, und kriegt auch eine schöne rote Ausfärbung, wächst auch immer sehr flach, die Herkunft ist leider unbekannt, aber ganz toller Klon auf jeden Fall. Und ihr seht schon, die Mutationen, die sind meistens oder sehr, sehr oft an den Zähnen zu sehen, also dass die Zähne irgendwie mutiert sind, oder auch mal die Falle sehr gebogen ist, krüppelhaften Wuchs hat oder so, aber das sind so die zwei Punkte, wo hier Mutationen auftauchen können, seltener ist dann mal am Blatt, dass da irgendwie auch so Schuppen drauf sind, oder Verwachsungen oder so, aber Zähne und Fallenform, das ist so das häufigste. Fangzahn hier, die muss ich euch unbedingt zeigen, ähm, die hier sieht ganz gut aus, auch wieder ein Klon vom Dr. König, die, ja da ist jetzt leider ein bisschen viel Moos drin, das ist dieses Jahr extrem gut gewachsen, und ich hasse ja dieses Moos, wie ihr wisst, äh, macht auch ganz, ganz lange Zähne, sehr robuste Zähne, also so ganz stabile, guck mal, wenn man die zumacht, dann sieht man es ein bisschen besser, wie weit die überstehen, und es sind so ganz starke, stabile Zähne einfach, ganz toll auf Klon vom Dr. König. So eine ähnliche habe ich ja auch selektiert, die Phalanx, die macht auch mega lange Zähne, aber die sehen wir dann im zweiten Teil. Dann haben wir hier die Flatspottet, die kommt auch vom Kai Becker, muss ich mal gucken, sehe ich hier irgendwo noch, was, ja hier sieht man es noch ein bisschen, weil im Frühjahr sieht man es immer ganz gut, oder an den frisch geöffneten Fallen, die haben dann hier solche einzelnen Spots drauf, aber wenn die Fallen dann nachdunkeln, man kann es noch so ein bisschen erkennen, hier, flachwachsender Klon, mit eben diesen roten, roten oder auch außen, hier sieht man es auch, diese roten Flecken so ein bisschen drauf, und das kommt auch tatsächlich öfters vor, dass man so gespottete Pflanzen hat. Dann haben wir hier die, jetzt gucke ich mal, Fondue, auch was ganz Tolles, krasses wieder, sehr krasses, hat auch wieder zwei verschiedene Erscheinungsformen, ich zeige euch erstmal die, die ganz normal aussieht, wie eine ganz normale Venusfliegenfalle, und jetzt haben wir hier den gleichen Klon nochmal, mit den typischen Fallen, also das hier, was ihr hier seht, wo wir hier die Fallen stark deformiert haben, das ist eben ganz typisch, und Fondue ist ja französisch, ist geschmolzen einfach, und das sieht einfach so aus, wie wenn diese Falle, irgendwie so ein Schmelztiegel eingetrunkt wurde, und dann sind die Fallen rennen oder weggeschmolzen, daher rührt also dieser Name, macht aber wie gesagt, auch diese zwei verschiedenen Fallenformen. So, jetzt kommen wir mal zur Fuse Toos, die habe ich vorher schon mal erwähnt, ja, hier sieht man es eigentlich ganz gut, auch wieder so diese Verwachsungen an den Zähnen dran, und ihr seht schon die Alice Shark, die wir gerade gesehen haben, das sind wirklich teilweise alle Zähne einer Pflanze miteinander verwachsen, hier bei der Fuse Toos, da sind es immer nur einzelne, aber die färbt sich auch sehr schön aus, wenn ich es mal zu mache, sieht man es vielleicht so ein bisschen besser, und ist auf jeden Fall ein Klassiker, der auch in keiner Sammlung fehlen sollte. So, jetzt kommen wir zu einer spannenden Reihe, die G-Reihe, die kommt komplett von Graham Zedt, ich glaube er ist aus England, ich bin mir nicht ganz sicher, ihr könnt auch Amerika sein, aber ich bin, ich glaube England, und Graham Zedt hat in den 90er Jahren viele verschiedene Fliegenfallen selektiert, und die sind alle mit G wie Graham benannt, und dann einfach eine durchlaufende Nummer, und ich habe ein paar davon in der Sammlung, ich zeige sie euch einfach mal, das hier ist zum Beispiel die G6, die hat so sehr aufrecht wachsende Fallen, große Fallen, schöne Zähne auch, kriegt so eine leichte Rotfärbung, das ist also die G6, und dann geht es hier weiter mit der G10, die liegt jetzt eher so flach auf dem Boden auf, ein bisschen kleinere Fallen, kompakter gebaut, schöne intensive Rotfärbung, ganz dunkel gefärbt auch, und hat außen auch wieder ein bisschen Lippenstift aufgetragen, damit sie hübsch für heute ist. Dann geht es weiter mit der G12, das ist eine komplett grüne Pflanze, und ihr seht es auch schon hier, das sind riesengroße Fallen, also ich glaube, das ist auch tatsächlich einer der größten grünen Klonen, die ich kenne, und auch blitzschnellen Zuschnappen. Und weiter geht es mit der G13, welches Exemplar nehmen wir, die sehen alle toll aus gerade, wir nehmen mal das, auch eher kompakt wachsen, kleinere Fallen, schöne Ausfärbung, die kriegt ihr immer so einen ganz schwarzen inneren Rand, in der Falle drin, hier sehen wir auch eine kleine Zufallsmutation, das ist jetzt nicht typisch für die Pflanze, die ist einfach so hinten ein bisschen eingedellt, die Falle kommt immer wieder mal vor, bei einer Dionea ist jetzt nichts Spektakuläres, Spektakulär wäre es mal, wenn alle Fallen immer sowas hätten, und das eine stabile Mutation wäre, aber bislang habe ich sowas leider auch noch nicht selektiert. Dann nehme ich hier gleich die G14 raus, die gefällt mir auch tatsächlich mit am besten aus der G-Reihe, und die macht ganz krass dunkle Fallen, guckt euch das mal an, hat auch richtig dunklen Fallenrand außen, schöne dunkelrote Zähne, und das sieht einfach genial aus. Da muss ich nochmal spielen hier. Es macht einfach immer wieder Spaß, und man wird nicht müde, das zu machen. Da kommt immer so ein bisschen das Kind im Manne durch, aber ich glaube, Frauen machen das auch gerne. G16, die hier hinten ist auch ein Prachtexemplar, auch wieder schön rot ausgefärbt, flach wachsend, ganz große Fallen, und auch wieder sehr robuste Zähne so, und auch wieder dunkler Fallenrand außen. Also das war mal so die G-Reihe, es gibt noch weitaus mehr, ich habe leider nicht alle, der Mike King hat da noch eine große Sammlung, der hat ein bisschen mehr Klone von denen, ich bin auch immer wieder dran zu gucken, dass ich da noch ein bisschen kompletieren kann. Alles so die kleine Sammlung, die ich hier habe. Dann habe ich hier einen schönen Klon, die Giant Clam, vom Mirek aus Tschechien, die hat Erma selektiert. Clam ist also ein englisches Wort für Muschel, weil die, auch wenn die zuschnappt, so ein bisschen so muschelähnlich aussieht, hat so einen gewählten Rand teilweise, und wird riesengroß, also auch weit über 4 cm, färbt sich toll aus und hat eben diesen, diesen ausgefransten Zahnrand hier auch. Ich mache noch mal eine zu. Ja, man sieht es hier so ein bisschen, es ist so leicht wellig auch, was so ein bisschen an so eine Muschel erinnert. Daher der, also der Name. So, jetzt haben wir hier eine übersprungen, sehe ich gerade. Hier versteckt sich nämlich noch eine Galaxy, das ist aber ein einzelner Topf. Da gehen wir noch mal kurz zurück. und die geht so in die Richtung Angel Wings, hat aber komplett kirschrot gefärbte Fallen, also das auch was ganz Schönes. Bleibt aber sehr klein und kompakt, sehr langsam wachsend auch wieder. Giant Peach ist auch was ganz Tolles, macht auch große Fallen, und die sind immer so in so einem hellen Rot getaucht, so Pfirsichfarben könnte man auch sagen, daher kommt ja auch der Name und sieht auch ganz interessant aus. Dann haben wir hier als nächstes die Goldstrike, die habe ich mal aus England mitgebracht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die auch aus England kommt, könnte es sein. Ist eine sehr aufrecht wachsende Pflanze, tief dunkelrot gefärbt und hat dann diesen goldfarbenen Zahnrand, sag ich mal, wobei es eher so ein bisschen grünlich ist, also Gold passt nicht so richtig und hat aber so ein bisschen Sägezähne auch, dreieckige Zähne und das ist einfach so der Hintergrund dieser Pflanze hier. Dann geht es weiter, jetzt muss ich mal gucken, welchen nehmen wir denn? Die Green Dragon, die ist auch noch ganz interessant. Wir hatten ja vorher schon die Red Dragon, die Arcairio und bei der Pflanze hat man auch immer geglaubt, das ist die Arcairio, bis sich dann herausgestellt hat, nee, das ist sie gar nicht. Und Markus Erbacher und Martin Stöckel haben die dann 2005 beschrieben als Green Dragon, weil die hier auch noch so einen grünen Fallenrand außen macht und weil die immer angenommen haben, es ist die Arcairio und aufgrund dieser Verwechslung hat man die zur besseren Unterscheidung dann einfach Green Dragon genannt. Deswegen ist es auch ein roter Klon, aber mit einem grünen Namen aufgrund dieses grünen Zahnrands hier. So, dann haben wir, was nehmen wir denn als nächstes? Green Piranha, können wir mal hier zeigen, ist eine, die jetzt auch eher grünlich bleibt, die färbt sich nicht allzu sehr rot aus und hat halt auch wieder so Sägezähne, bisschen so Piranha-mäßig. Hier haben wir auch eine geschlossene Falle. Ja, bleibt eher grüner, aber ist jetzt, ja. So, Green Saw 2 ist noch was ganz Schönes, die zeige ich euch mal. Das hier, das ist quasi auch wieder mit Sägezähnen, also Saw 2, Saw ist ja das englische Wort für Säge und dann eben diese Sägezähne und die vermehrt sich auch recht gut, teilt sich immer recht häufig, hat einen ganz feinen Zahnrand, wird nicht groß, also das ist eigentlich schon so die maximale Größe, die Fallen so zweieinhalb bis drei Zentimeter, man weiß gar nicht, wo die aufgetaucht ist, die war so, ja, irgendwann einfach mal da, so in den 2000ern und ist aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Klon. Green Vertical Form, finde ich auch mega geil, tolle Pflanze, aufrecht stehende Blätter, riesengroße Fallen, tolle Zähne hier, wirkt auf jeden Fall auch so ein bisschen grazil, anmutig, finde ich so und gerade bei den grünen Formen gibt es auch so viele tolle Sachen, guck mal die Falle an, die sieht auch nur zum Reingehen aus und schnappt auch blitzschnell zu, das ist auf jeden Fall ein ganz toller grüner Klon. Dann haben wir die Green White Trap, direkt daneben stehen, ich gucke mal geschwind, es ist keine mit den typischen Fallen dabei, die geht auch manchmal ein bisschen, die Höhe wächst aber auch eher so ein bisschen flach, ist immer so ein bisschen unterschiedlich, die Fallen können sich sehr, sehr weit öffnen, also wir haben hier fast so einen 180 Grad Winkel nachher, wo sich die Fallen teilweise öffnen, ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr toller Klon und wer auf grünen Pflanzen steht, Green Vertical Form und die Green White Trap, beides super schöne grüne Klone. Welche nehmen wir als nächstes? Haifischzähne hier, das ist doch noch ein Klassiker, auch wieder eine vom Dr. König und die geht jetzt wieder so in die Richtung Fuse 2, Alice Shark 2, sieht aber auch so, ja sieht eigentlich wie eine Kreuzung zwischen Alice Shark und Fuse 2 aus, finde ich so ein bisschen, die Zähne teilweise sehr stark miteinander verwachsen und das hier ist einfach eine Selektion vom Dr. König wieder, halte ich natürlich in Ehren. Tolle Ausfärbung übrigens auch. Dann haben wir hier die Heterodoxa, sind wir wieder, nein halt, wir haben hier erst noch die Harmonie. In 2011 wurde diese schöne Fliegenfalle hier in Deutschland entdeckt, in einem Gartensender, das ist die Harmonie, Christian Klein, Martin Stöckel, Carsten Paul, die waren da beteiligt und Stefan Glied, auch genau die vier haben die zusammen auch dann entdeckt und benannt. Die Harmonie auch, richtig tolle Falle, bleibt sehr kompakt die Pflanze, die fallen so 3, 3,5 Zentimeter groß und die hat solche, ja ich würde mal sagen, Hakenzähne, also die Zähne sind mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer und haben immer so einen ganz kleinen Haken vorne dran. Wir versuchen es mal mit der Kamera auch ein bisschen einzufangen, da müssen wir aber sehr ins Makro gehen, sieht auf jeden Fall sehr markant aus und eine ganz tolle Pflanze. Dann haben wir hier daneben nochmal eine schöne grüne, die Heterodoxa, sehr wüchsiger Klon, flach wachsen, fallen so 3, 3,5 Zentimeter groß und eben komplett grün. Bei den Grünen fällt mir übrigens auf, dass da immer sehr viele Fliegen drin hocken, ich weiß nicht, ob die jetzt speziell mehr angelockt werden oder ob es einfach nur mehr auffällt, weil halt der Kontrast größer ist. Dann haben wir hier was ziemlich geiles, die Jaws Smiley, die wurde mal von Gerd Hoganstreet aus Holland selektiert und die sieht aus wie so ein großes fettes Grinsen, daher Jaws Smiley der Name. Die Fallen, ja, also ihr seht schon, es passiert hier nichts. Die haben zwar diese Härchen, aber da ist auch schon die Krümmung einfach zu stark und die Zähne sind oft so ganz nach innen eingefaltet, manchmal stehen sie ja auch mehr draußen hin, es sieht auch immer ein bisschen anders aus. Stark gebogene Fallen und hier sieht man es glaube ich recht gut und macht auch so bis 5 Zentimeter große Fallen und es sieht halt wie so ein breites Grinsen aus. Passender Name, auf jeden Fall ein ganz cooler Klon. Dann habe ich hier als nächstes noch mal eine vom David Schwarz aus Tschechien, die Jolly Joker. Klingt ein bisschen wie so ein Clown. Hier ist so dieses typische, ihr seht hier diesen Streifen, diesen Flecken auf dem Blatt und so ist es halt übel verteilt. Blätter Fallen können halt dieses gefleckte, streifige Muster haben. Ich gucke mal, da hinten sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser bei der hier. Hier haben wir auch mal so Flecken auf der Falle außen drauf. Ja, aber gerade natürlich alles sehr intensiv gefärbt, da ist es dann immer ein bisschen schwierig manchmal, diese markanten Sachen zu sehen. Ja, das neue Blatt hat ja auch noch ein bisschen, auf jeden Fall aber auch was sehr Interessantes, sieht auch ziemlich cool aus. David hat ja auch ein paar schöne Sachen selektiert. Dann geht es weiter mit Justina Davis, ist auch noch mal eine schöne grüne Form, bleibt auch sehr kompakt zusammen, immer Bodenschrosette, auch was schönes Grünes, aber Grüne haben wir jetzt hier in dem Bereich eh schon sehr viele gehabt. Die hängen alle sehr nah beieinander. Dann haben wir hier Kinyaku, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist japanisch. Yuki hat mir schon mal gesagt, was es heißt. Ich glaube, es heißt Tasche oder irgendwie so Handtasche, Tragetasche irgendwie sowas. Geht so in die Richtung Cup Trap, also die Fallen sind auch immer am oberen Rand verwachsen. Die ist aber sehr aufrecht stehen, wurde auch in Japan selektiert, daher auch dieser japanische Name. Und die Blätter, wie gesagt, sehr aufrecht stehen, lange, dünne Blattstiele und sieht auch auf jeden Fall sehr interessant aus. Dann kommen wir hier mal wieder zu einer sehr großen, die King Henry. Das ist ein amerikanischer Klon, die wächst ziemlich aufrecht, kann quasi fast doppelt so groß werden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie noch nie so groß gehabt, aber die Amerikaner, die schwören drauf, dass das eine der größten Fliegenfallen überhaupt ist. Ich finde, meine Giant Form ist größer, macht mehr her. Die ist halt sehr grazil, dünne, lange Blätter und dann aber kann große Fallen machen. Wie gesagt, ich habe sie noch nicht so groß gehabt, aber die Amis schwören drauf. Mal gucken, was noch passiert. Dann geht es weiter mit einem Klon aus Korea. Die wurde 2010 von Dr. Gi Won Young registriert in der ICPS. Und das ist Korean Melody Shark. Und der Name rührt einfach von der Herkunft aus Korea, dass man es gleich erkennt. Und Melody, weil es ihn irgendwie so ein bisschen an Noten, Tonleiter oder so erinnert hat, daher kommt dieses Melody und Shark, weil die so ein bisschen Sharktus hat, beziehungsweise die ist wohl aus Samen von einer Sharktus entstanden. Und ja, das ist eben alles in diesem Namen abgebildet. Die Pflanze wächst sehr unterschiedlich. Die kann manchmal sehr zickig sein, wächst nur unter der Erde. Und wenn man die dann rauspult, dann kommt plötzlich so ein Riesenklumpen raus. Und ansonsten macht die eher so ganz schmale, rundliche Blattstiele, sage ich jetzt mal, oder Blattblätter sind es ja. Und die Fallen oben sind aber sehr interessant, sehen sehr grazil aus, sind so ein bisschen eckig, kantig geformt, fast quadratisch schon, und haben eben diese ganz markanten Zähne. Und eigentlich eine recht schöne Pflanze. Wie gesagt, manchmal kann sie ein bisschen zickig sein. Die ist noch ein Exemplar, das ist ein bisschen größer. Und ja, die ist noch ein bisschen deformiert, aber das ist jetzt so eine, die ist wahrscheinlich unterirdisch sehr viel gewachsen und ist nicht richtig rausgekommen. Und manchmal wächst die unterirdisch eben komplett so rum, bis sie dann irgendwo rauskommt. Also, aber alles in allem, sehr schöne Pflanze. Dann haben wir hier die Corrigence, das ist auch noch was ganz Tolles. Die wurde von Billy Golo in 2007 entdeckt. Ich habe sie vorher schon mal kurz angesprochen, bei der Crocodile. Da haben wir jetzt auch wieder das, dass das Blatt direkt mit der Falle verwachsen ist. Sehen wir hier vielleicht in der Seitenansicht nochmal ganz gut. Und die macht jetzt aber immer noch so eine kleine Falte hier dazwischen. Ich glaube, hier bei dem Blatt sieht man es sehr schön. Also da ist immer diese Falte dazwischen und die Crocodile hat es eben nicht. Und die Crocodile, die haben wir vorher auch gesehen, ist einfach die Kreuzung Crocodile und Corrigence. Und der Name Corrigence, das kommt aus Frankreich, aus der Britannie. Da gibt es solche Fabelwesen, die so halb Mensch, halb Tier sind. Und das sind die Corrigence. Oder vielleicht französisch ein bisschen anders betont. Und weil das halt auch so, wie so ein bisschen fabelmäßig aussieht, daher kommt eben der Name, die er hier ausgewählt hat, der Golo. So, wo geht es weiter? Krampfader, ganz toller Klon. Ich glaube, von Martin Stöckel ist der. Welche Nehmer, wo erkennt man es gut? Ich versuche ja immer, welche rauszusuchen, wo man so dieses typische Erscheinungsbild sieht oder die Besonderheiten, die die Pflanze jetzt aufweist. Von der Ferne sieht es vielleicht erst mal wie eine schöne rote aus. Wenn wir jetzt aber genau hinkommen, dann sehen die ganzen Blätter hier so ein bisschen krank aus, wie so von einem Virus vielleicht infiziert. Ihr seht hier so dieses gelblich-grünliche, was hier so immer ein bisschen durchschimmert. Und das ist aber ganz normal. Das ist dieses Typische für diese Pflanze. Im Frühjahr ist es noch extremer da. Jetzt ist sie natürlich im Sommer stark ausgefärbt. Dann verschwinden diese roten Flecken ein bisschen in dieser ganzen Rotfärbung. Aber im Frühjahr sieht es immer ganz krass aus. Und wahrscheinlich, weil es so eklig aussieht, hat der Martin die einfach Krampfader. Wenn dann, hier sieht man es vielleicht auch noch mal ganz gut, hier so diese ganzen Flecken, die hier so drauf sind. Auf jeden Fall witziger Klon. Dann haben wir hier, wie soll das anders sein, wieder eine vom Doktor König. Also ihr seht schon, er hat viel getan auf dem Gebiet und hat auch viele tolle Klone hervorgebracht. Nicht nur bei den Fliegenfallen, auch bei Saracenia. Und vielleicht machen wir mal ein Video dazu, wo wir einfach mal so die ganzen Pflanzen vom Doktor König vorstellen. Und so aus allen Sparten, die es gibt und was wir hier so in der Sammlung haben. Und das wäre vielleicht mal interessant. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr da Lust drauf habt. Jetzt aber zurück zur kurzen Szene. Sieht eigentlich ähnlich aus wie die Dentata und hat auch diese Sägezähne. Färbt sich vielleicht nicht ganz so rot aus wie die Dentata. Und was ich aber interessant finde, wenn wir mal hier in die Falle hineinschauen, guckt mal die Fühlborsten hier drin. Die sehen ganz interessant aus. Die haben immer so eine kleine Verdickung unten dran. Das sieht auf jeden Fall sehr spektakulär aus. Wir testen mal, ob sie auch funktioniert. Ja. Wenn auch langsam, aber sie funktioniert. So, hier haben wir noch was sehr Schönes. Die Large Pink Traps. Direct Form. Also eine mit großen pinken Fallen und aufrecht stehend. Sieht auch super aus. Guckt mal, der ganze Topf sieht klasse aus. Und richtig große Fallen. Leicht so rötlich. Ja, pink Farben könnte man vielleicht sagen. Oder eben dieser aufrechte Wuchs. Große, dicke Zähne. Und wir machen auch mal hier wieder den Test. Und es funktioniert blitzschnell. Super Klon. Gefällt mir auch richtig gut. Weiß ich jetzt gar nicht, wo der herkommt. Ich habe ihn mal aus England auf jeden Fall mitgebracht. Könnte es sein, dass er vom John Watson ist. Hier der kleine Teufel oder Little Devil auf Englisch. Ein kleiner, schöner roter Klon mit einer intensiven Rotfärbung. Ist so ein braunrot, bisschen lila schimmert so ein bisschen durch. Hat so ganz feine Zähnchen. Die fallen werden so bis zu zwei Zentimeter. Vielleicht mal zweieinhalb, aber nicht arg viel größer. Auf jeden Fall. Ganz toller Klon hier. Dann haben wir als nächstes die Lucia Park, muss ich euch zeigen. Nudelzange würde es auf Deutsch übersetzt heißen. Die wurde so in den 2000, ja ich glaube im Jahr 2000 war es, wurde die mal unter ein paar Fuse-Tools gefunden. Ist also wahrscheinlich auch so eine spontane Mutation und sieht ganz witzig aus. Erinnert tatsächlich so an eine Nudelzange. Die sind hinten auch so zusammengewachsen, so Cup-Trap-mäßig. Haben dann auch so Fuse-Tools und färbt sich aber auch schön rot aus. Also man könnte es wieder mit der Barracuda, die wir vorher gesehen haben oder die Triton, die nachher noch kommt, so ein bisschen vergleichen. Allerdings färbt sich die eben schön rot aus. Und auf jeden Fall ein toller Klon aus Frankreich. Daher auch der französische Name Lucia Park. Dann haben wir hier noch was ganz Interessantes. Das ist die Mars. Die wurde mal von Gerd Hogenstreet aus Holland herausgebracht. Und die hat so ganz kleine Dickfleische gefallen. Man könnte schon fast sagen, das ist eine Sukkulente. Schließen oder bewegen kann sich da natürlich nichts mehr. Das ist also auf jeden Fall was für Extremsammler. Und die sieht eigentlich ziemlich ähnlich wie die Wacky Traps aus oder AK Barth Simpson auch. Aber die sehen wir nachher nochmal. Dann sehen wir die nochmal im direkten Vergleich mit der Mars hier. Dann seht ihr auch den Unterschied. Mega Trap hier auch was ganz Schönes. Ein Klon aus England. Wird auch sehr groß. Hat ganz tolle Fallen. Tief-Dunkelrot ausgefärbt. Und schöne dicke Zähne. Wächst auch flach auf dem Boden aufliegend. Also auf jeden Fall ein super schöner Klon, der auf jeden Fall seinem Namen auch gerecht wird. Jetzt haben wir hier die Mirror. Die Mirror ist auch super interessant. Aber die hat gerade leider keine typischen Fallen. Außer vielleicht bei den Verkaufspflanzen, wo ich mal schnell schauen gehe. Werbepause. Pflanze der Woche. Dann haben wir weiterhin hier die Mirror ist auch nochmal was ganz Cooles. Die hier sieht jetzt erstmal wie eine normale Fliegenfalle aus. Bisschen leicht rötliche Färbung. Und die Mirror hat auch wieder zwei verschiedene Fallentypen. Wenn ich jetzt hier mal ein bisschen drehe, jetzt sieht man hier unten an dem Blatt hängt hier noch ein kleiner Auswuchs dran. Ich habe aber hier mal eine von den Verkaufspflanzen bereitgestellt, weil da sieht man es noch ein bisschen besser. Und die macht nämlich hier unten immer nochmal an jeder Fallenhälfte teilweise dann so kleine Fallen dran. Und das sieht dann so ein bisschen gespiegelt aus. Oh, hier ist es ganz arg. Guck mal hier. Das ist ganz extrem hier. Und auch die jungen Fallen, die hier frisch heranwachsen, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Und weil das halt so spiegelbildig ist, wurde die halt Mirror genannt. Die wurde 2010 auch bei Carniflora gefunden. Da war gerade ein Belgier zu Besuch, der die dort entdeckt hat. Selektiert hat, benannt hat, eben weil die so gespiegelt ist dann. Diese doppelte Falle, die da dran ist. Auf jeden Fall ein sehr cooler Klon. Und diese Mirror-typischen Fallen, die kommen zumeist im Herbst, teilweise auch ein paar im Frühjahr. Aber sonst sieht sie eben normal aus. Und das haben wir ja hier gerade gesehen. Und ich habe es ja jetzt schon öfters gesagt. Also Fliegenfallen sehen nicht immer so aus, wie man sie vielleicht von Bildern her kennt. Oder was so typisch für den Klon ist. Weil die einfach verschiedene Fallenformen haben. Und nicht immer ständig das typische Bild zeigen. So, was kann ich euch noch zeigen? Die Moontrap haben wir hier gleich nebendran. Das ist auch was ganz Schönes. Geht wieder so in die Richtung Angel Wings, wie wir ganz am Anfang schon gesehen haben. Hat auch wieder so gewölbte Fallen. Allerdings färbt sich die nur mäßig aus. Also das ist schon so die Maximalfärbung. Die ist eigentlich eher so grün, gelblich. Und kriegt hier vielleicht so ein bisschen rote Farbe am Rand noch. Und bleibt aber auch sehr klein und kompakt zusammen. Dann haben wir hier wieder einen schönen Klon vom Dr. König. Das ist die Olivgrün. Schöner aufrechter Wuchs. Hellgrüne Fallen. Und die können auch richtig groß werden. Und ich muss auch sagen, das ist auch einer meiner Favoriten unter den Grünen. Die finde ich super schön. Und auch wieder in Ehren gehalten zu Dr. König. Und hier haben wir jetzt was richtig Geiles. Welche nehme ich? Welche nehme ich? Die hier, die Pac-Man. Die kommt auch wieder vom Gerd Hogen Street aus Holland. Und die hat so, ja, wie so einen angefressenen Zahnrand, könnte man sagen. Und hat jetzt aber eine irre geile Ausfärbung gerade. So ein bisschen fleckig, so ein bisschen verwaschen und so. Und die Fallen funktionieren noch ganz langsam und gemächlich. Testen Sie hier nochmal. Ja. Aber sieht auf jeden Fall auch cool aus. Und vielleicht kennt ihr noch dieses Spiel Pac-Man. Und so, da hat sich das wohl so ein bisschen dran erinnert. Deswegen hat er die Pac-Man benannt. Und so, hier haben wir Paradisia. Oh, superschöner Klon. Der hat eine ganz tolle Ausfärbung. Und die sieht immer ein bisschen anders aus. Die Ausfärbung, die kann so von leicht rosa, orange, dunkelrosa, rot. Die sieht immer ein bisschen anders aus. Und hat einfach eine irre geile Ausfärbung. Und auch so ein schöner Habitus hier bei der Pflanze. Und müsste auch noch schnell zuschnappen eigentlich. Heute ist ein bisschen kühler. Da sind sie ein bisschen langsamer. Und wir sehen jetzt aber auch hier dieser rote Rand hier außen wieder. Also hat auch wieder schönen Lippenstift für das Video aufgetragen. Tolle Pflanze. Habe ich auch schon sehr, sehr lange in der Sammlung. Ich glaube, die habe ich das erste Mal, wo ich in England war. 2007, 2008 war ich das erste Mal in England. Da habe ich die mitgebracht. Paulus Red Dentate ist auch was ganz Schönes hier. Also quasi wie eine rote Dentata. Richtig dunkelrot ausgefärbt. Und macht auch schöne große Fallen. So dreieinhalb Zentimeter ungefähr. Hat natürlich diese Sägezähne als Rand wieder. Und sieht richtig toll aus. Bleibt immer flach auf dem Boden auch. Daneben haben wir hier nochmal eine rote. Nämlich die Petite Dragon. Ähm, die sieht auch klasse aus hier. Und die Petite Dragon, die kommt auch aus Frankreich. Petite bedeutet klein, weil die sehr kleinwüchsig ist. Also die ist hier auch wieder in Maximalgröße. Vor allem zu um die zweieinhalb Zentimeter etwa. Schöne rote Färbung. Auch was ganz Tolles. Und jetzt kommt hier eine von meinen tatsächlich Lieblingsroten. Die Pink Venus. Ich habe leider noch diesen einzelnen Topf hier. Ähm, und die hat eine krasse Ausfärbung. Also das ist richtig dunkles, pinkes, lilafarbenes Rot. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Äh, ich weiß gar nicht, ob es auch die Kamera so richtig einfangen kann. Aber die Pfeilen sind auf jeden Fall richtig dunkel, so schwärzlich. Die haben so einen lila Touch innen schwärzlich gefärbt. Und die Pink Venus auf jeden Fall ein richtig krasser roter Klon. So sieht sie von außen aus. Schimmert auch so ein bisschen, finde ich. Also super, tolle Pflanze. Und hier nebendran, da, ah, nehmen wir die hier vorne. Die Predator. Die wird auch der Hammer. Wird riesengroß. Hat so ein bisschen Fuse-Tool. Und nicht ein bisschen, eigentlich ziemlich viele. Kann auch sehr, sehr große Fallen machen. Weit über vier Zentimeter. Und auch so eine krasse Ausfärbung hier. Und wir machen auch mal eine zu. Dass wir hier sehen, wie so die Zähne ineinander greifen. Das sieht auch immer ganz interessant aus. Vom Wuchs her kann flach sein. Kann ein bisschen aufrecht gehen. Also ist immer so ein bisschen Jahreszeit abhängig. Aber auf jeden Fall auch ein toller Klon. Der auch hier mal in Deutschland in einem Gartencenter entdeckt wurde. Tatsächlich. Also es lohnt sich ab und zu mal in die Gartencenter zu schauen. Hier haben wir jetzt auch noch mal eine Hybride. Also Hybride nicht. Aber eine Kreuzung von zwei Klonen. Also bei Fliegenfallen gibt es ja keine Hybriden. Es gibt ja nur eine Art innerhalb der Gattung. Also Dionea ist die Gattung. Muscipula die Art. Und eine Hybride sind immer verschiedene Arten untereinander gekreuzt. Wir reden ja jetzt die ganze Zeit hier so von Klonen. Klone könnte man auch mit dem deutschen Wort Sorte gleichsetzen. Und wenn man jetzt verschiedene Sorten miteinander kreuzt, kann eben eine neue Sorte wieder entstehen. Aber keine Hybride, weil Hybriden immer Artkreuzungen sind. Also wir können Sortenkreuzungen machen. Und vielleicht an der Stelle auch noch mal der wichtige Hinweis. All die ganzen Klone bzw. Sorten, die wir euch jetzt hier vorgestellt haben und noch vorstellen werden, kann man immer nur durch Teilung vermehren. Also ihr könnt nicht jetzt von einer Predator die Samen nehmen, die ausstreuen und das was da rauskommt wieder Predator nennen. Da können auch ganz normale rauskommen. Da kann vielleicht auch was Grünes rauskommen, was komplett Rotes. Die sehen auf jeden Fall nicht immer so aus wie die Mutterpflanzen. Deswegen alle Sorten immer nur durch Teilung vermehren. Blattstecklinge, Rhizomteilung. Das ist der einzige Weg, wie ihr die auch Sorten rein vermehren könnt. Und es bringt auch nichts, wenn ihr euch Samen kauft von einer B-52, die aussäht. Da kommt keine B-52 raus. Da kann zwar was Großes dabei sein, aber keine B-52. Deswegen hört auch bitte auf, immer gezielt nach Samen von irgendwelchen Sorten zu suchen. Es ist nicht die Sorte. Ihr müsst die wirklich vegetativ immer vermehren. So und hier haben wir jetzt also keine Hybride, sondern eine Sortenkreuzung. Das ist die Predator mit einer Fused Tooth Extreme gekreuzt. Und ich finde, die hat jetzt aber trotzdem weniger Fused Tooth als die beiden Elternpflanzen jeweils zusammen. Aber trotzdem schöne, knallige rote Fallen. Auch eine schöne Größe. Und auch der Kontrast wieder hier zwischen den grünen Blättern und den roten Fallen sieht richtig cool aus. Dann geht es weiter hier. Prolifera 2. Die sieht auch klasse aus. Auch wieder ein Klon vom Dr. König. Ich war zwar nur zweimal bei ihm, aber ich habe versucht, die schönsten Exemplare damals immer mitzunehmen. Und ja, schade, dass nicht mehr geworden ist. Prolifera 2 erinnert aber sehr an Bimbo. So, die soll die Eigenschaft haben, dass wenn die Blüte ganz viele Fallen, kleine Fallen an den Blüten macht. Habe ich jetzt bei der aber noch nie festgestellt. Und da die der Bimbo eigentlich so ziemlich ähnlich aussieht, habe ich die Vermutung, weil das passiert bei jedem Klon durchaus, kann das mal passieren, dass an den Blüten kleine Fallen kommen oder kleine Pflänzchen sogar. Und das ist halt so eine spontane Mutation, kann immer mal aufdauern. Und ich vermute einfach, dass der Dr. König einfach so Bimbos hatte. Und bei einer von diesen Bimbo war halt dieser Blütenstiel mit kleinen Pflänzchen dran. Da hat er sie dann eben bei Seite genannt, Prolifera 2 genannt, warum auch immer. Und eigentlich ist es aber eine Bimbo, weil diese Mutation habe ich hier tatsächlich nie gesehen. Aber super schöner Klon, große rote Fallen, dicke Zähne und klasse Klon. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Aber wie gesagt, für mich sieht er genauso aus wie eine Bimbo. Ja, hier haben wir eine Red. Das ist einfach nur eine rote Form. Die gibt es auch schon sehr, sehr lange in Kultur. Gibt es übrigens auch am Naturstandort. Also vielleicht an der Stelle auch mal der Hinweis, es gibt immer am Naturstandort, also all die Mutationen, die wir jetzt hier so sehen, die ja in Kultur entstehen. Ist ja klar, wenn wir hier viele verschiedene haben, miteinander durchkreuzen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wieder was Neues rauskommt. Am Standort selber passieren auch immer mal Mutationen. Da kann was mit großen Fallen, mit kleinen Fallen, mit vergrüppelten Fallen rauskommen. Rote, grüne, kann dort auch alles rauskommen. Bloß viele Mutationen setzen sich halt nicht durch. Das ist halt wieder die natürliche Selektion. Huch, Fliege. Und wir selektieren ja gezielt diese Krüppel auch raus, die in der Natur gar keine Überlebenschance haben, weil sie nichts fangen, von der Vegetation überwachsen werden und einfach wieder verschwinden. In der Kultur können wir aber diese Krüppel, sage ich jetzt mal, oder diese speziellen Fallenformen gezielt rausselektieren, vermehren. Und das ist eben das Ergebnis, was wir jetzt hier sehen. Und das ist halt hier die Red, ist einfach nur eine ganz rote. So, dann haben wir hier die Red Central Spot, auch was ziemlich Cooles. Die findet bloß immer nie so richtig Beliebtheit, aber guckt euch die mal an. Kommt aus Tschechien, vom Kami Pasek mal selektiert. Und die hat hier in der Mitte immer diesen roten Spot einfach. Und die sieht so genial aus. Also so ein krass tiefes Dunkelrot macht auf jeden Fall ordentlich was her. Wird jetzt nicht allzu groß, so drei Zentimeter fallen. Aber dieser rote Spot finde ich auch was ganz Einmaliges hier. Oh, jetzt sehe ich gerade, wir haben hier drüben was übersprungen. Die Minutissimum. Hier, wir nehmen den Topf. Was seht ihr hier? Ihr seht hier Moos. Und zwischen dem Moos ganz winzig klein die Fliegenfallen. Das ist tatsächlich die kleinste Venusfliegenfalle der Welt. Die ist hier vielleicht so einen halben Zentimeter im Durchmesser. Und ja, sehr kleinwüchsig. Ja, vielleicht wird sie mal, ja, also ich würde sie jetzt auf maximal ein Zentimeter tippen, was die so an Größe erreichen. Von den Fallen funktioniert natürlich nicht mehr viel. Vielleicht fangen die ab und zu mal einen Springschwanz, wenn überhaupt. Aber man muss sie schon echt suchen in diesem ganzen Moosberg. Aber auf jeden Fall, witzige Sache. Wie gesagt, die kleinste Venusfliegenfalle der Welt, die Minutissimum. Sieht erstmal nur aus wie ein Topf, in dem alles tot ist. So, weiter geht es hier hinten beim Buchstaben R. Sehen wir jetzt. Red Piranha zeige ich euch hier. Die sieht auch toll aus. Wieder eine rote Form, aufrechte Blätter und hat eben auch diese Sägezähne wieder. Eine kurze, äh, nicht kurze, schmale, lange Blattstiele. Und teilweise hat sie auch noch so ein bisschen so einen gelb-grünen Rand außen. Aber der verschwindet auch, wenn sie sich ein bisschen mehr ausfärbt dann. Und, ja, wobei hier nicht so. Also, vielleicht bleibt er doch erhalten. Aber auf jeden Fall, Red Piranha, auch ein schöner roter Klon hier. Und dann, ah, die Reptile hier, das ist nochmal eine vom Kai Becker. Die hier sieht auch geil aus. Und zwar ein bisschen zu hastig. Da haben sie schon ein paar Fallen geschlossen. Also, die schließen sich ja nicht immer nur bei Berührung, die fallen. Sondern auch, wenn ruckartige Bewegungen sind. Wenn man jetzt am Topf zerrt oder so, kann es durchaus auch mal passieren. Und, äh, bei der Reptile müssen wir allerdings unter das Blatt gucken. Weil, die hat hier unten solche Auswüchse dran. Die sind mal mehr ausgeprägt, mal weniger ausgeprägt. Hier sieht man das auch so. Auf der Blattunterseite immer, ah, dieses Schwarze machen wir mal weg hier. Dann sehen wir hier besser her. Ja, und hier sind so, so, Schuppen könnte man sagen. Und die Blätter sind auch immer so nach oben gefaltet. Also, auch was ziemlich Cooles. So, und jetzt die Robust Form haben wir hier noch. Als letztes in der Reihe. Die zeige ich euch auch. Die ist vom Nigel Cooper. Habe ich auch mal aus England mitgebracht. Wächst auch immer sehr flach auf dem Boden. Schöne rote Ausfärbung, große Fallen, dicke Zähne. Ja, also, ich mag eh immer die Pflanzen, die jetzt sehr, ja, sehr besonders sind, sehr ausgefallen sind. Oder welche, die riesengroß werden. Das sind so die zwei Sachen. Das sind auch die Schwerpunkte, wo ich ja mein eigenes Suchtprogramm drauf setze. Und ja, da seht ihr aber im zweiten Teil, was es so alles gibt. Da kommen auch noch richtig coole Sachen. So, und jetzt ist der Tisch tatsächlich zu Ende. Die Fliegen fallen aber noch nicht. Wir müssen auf die andere Seite wechseln. Da stehen auch noch so, glaube ich, die letzten zwei Quadratmeter mit diesen ganzen tollen Allgemeinpflanzen. So, wir haben die Seite gewechselt. Und hier geht es direkt weiter. Wir sind immer noch beim Buchstaben R. Ist allerdings die letzte, die jetzt hier kommt. Die Rouge Sombré. Also, roter Sombrero. Manchmal haben die echt witzige Namen. Ich denke mir die auch nicht immer alle aus. Schön außen. Dieser rote Rand ist hier ganz typisch. Und diese tiefroten Fallen. Also, auch eine schöne Pflanze. Dann haben wir hier die Sandokan. Die zeige ich euch auch mal. Die ist auch gerade richtig toll ausgefärbt. Und die hat jetzt so die Zähne. Die sind richtig breit an der Basis. Und laufen dann ganz schmal hoch. Und enden dann wie so eine kleine Nadel. Tolle Ausfärbung auch. Und schnappt auch schnell zu. Guck mal, so sieht es hier aus. Toller Klon auch. So, hier haben wir... Oh, jetzt kommen wieder ein paar schöne Sachen hier. Nehme ich gleich die hier vorne. Die Schuppenstiel Klon 1. Ist auch wieder eine vom Dr. König. Färbt sich auch irre toll aus. Sehr dunkelrot. Lange Zähne. Und hat hier auf dem Blattstiel eben diese Schuppen drauf. Daher kommt auch der Name. Und der Klon 1 hier ist vom Dr. König. Es gibt aber auch noch eine Schuppenstiel 2. Die steht direkt hier dahinter. Sieht ein bisschen anders aus. Die wurde auch mal im Gartencenter gefunden hier in Deutschland. Die färbt sich nicht ganz so tiefdunkelrot aus. Die bleibt eher ein bisschen hänger, heller. Die Schuppen sind auch nicht so stark ausgeprägt. Wobei die auch bei beiden Arten immer ein bisschen schwankend sind. Mal stärker, mal schwächer. Hier bei dem anderen Topf hier sieht man es vielleicht ein bisschen besser hier so. Und das ist der 2er Klon. Aber ich muss auch sagen, unter meinen Sämlingen kommt es auch ganz oft vor, dass da mal so Schuppenstiel dabei sind. Ach, die selektiere ich jetzt nicht alle aus, weil es gibt ja die 2 Klone hier schon. Und das ist eh so interessant, weil viele Mutationen wiederholen sich immer. Und wenn man halt viel über Aussaaten macht und auch viele verschiedene Kreuzungen hat, die gleiche Mutation tritt immer häufiger auf. Wir haben es auch vorher schon gesehen. Moontrap, Angel Wings zum Beispiel, sehr ähnlich. Ist ja so ungefähr dieselbe Mutation. Aber dann doch wieder in Nuancen ein bisschen anders. Aber das ist halt das sehr Interessante und Spannende, weil man nie weiß, was dann eben rauskommt. Dann haben wir hier die SL14. Die muss ich euch unbedingt zeigen. Die sieht auch klasse aus. Die ist noch eine vom Stefan Lensen. Der hat früher die Carnivorengärtnerei Plantev gehabt. Gibt es aber leider nicht mehr. Und der war auch so ein bisschen auf Fliegenfallen spezialisiert. Hat auch immer ganz tolle Klone selektiert. Die hat eben so einen schönen Zahnrand, schöne Ausfärbung. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, wo geht es weiter? Was zeige ich euch noch? Southwest Giant haben wir hier, wobei die gerade nicht so groß sind. Aber das haben wir hier eine. Kommt aus England, der Klon. Wird aber auch sehr groß. Macht richtig große, tolle Fallen. Im Sommer auch immer an langen Blattstielen. Und ich habe hier nochmal eine Kreuzung. Die will ich euch noch zeigen, weil die sieht auch echt super aus. Ich nehme gerade mal den großen Topf hier hinten. Das ist eine Southwest Giant mit einer Shark Tooth gekreuzt. Und die hat tatsächlich die Mutter von Mirek gekreuzt. Mirek's Rieber aus Tschechien kennt ihr wahrscheinlich auch. Habe ich ja auch schon mal das Video gemacht, wo ich bei ihm war. Viele Pflanzen von mir sind ja auch von ihm. Und seine Mutter sammelt tatsächlich auch Karnivoren. Aber nur Venusfliegenfallen hat da ein kleines Gewächshaus im Garten. Und die Kreuzung hier habe ich mal von ihr gekriegt. Eine Southwest Giant mit Shark Tooth. Und wird auch riesengroß, richtig große Fallen. Und die Fallen haben halt auch so einen schönen zahnigen Rand. So dreieckige Zähne wie von der Shark Tooth halt. Also das ist hier hängen geblieben. Fallengröße von der Southwest. Und die Zähne so von der Shark Tooth. Hier sieht man es auch nochmal schön im Detail. Hier so im Seitenprofil. Und färbt sich auch schön aus. Also das ist auch eine tolle Alternative zur Southwest Giant, muss ich mal so sagen. So, was haben wir noch? Spider. Ah ja, das ist auch was Tolles. Ein Klon aus England, glaube ich. Spider macht so ganz lange, dünne Blattstiele hier. Macht relativ große Fallen. Und die Blätter, die können so weit über 20 Zentimeter groß werden. Und dann sind die Fallen aber zu groß und zu schwer. Und dann fällt dieses Blatt einfach so. Es hängt halt einfach runter. Und dann sieht es von oben so ein bisschen wie so eine Spinne aus. Mit so langen Beinen. Daher kommt der Name Spider. Ja, auf jeden Fall auch eine coole Pflanze. Spotty würde ich euch gerne noch zeigen. Sieht aber gerade auch nicht ganz so typisch aus. Vielleicht die da hinten noch. Ja. Oh, was haben wir denn hier Interessantes? Guck mal. Hier haben wir ein Blatt, an dem drei Fallen dranhängen. Ziemlich geil. Und jetzt eines mal von hinten auch. Hier. Geil. Also das wäre mal eine Pflanze, die ich mir so gerne vorstelle, wo nur solche Blätter kommen. Aber auch hier wieder einfach so eine Zufallsmutation. Normalerweise ist die Spotty, nämlich hat die so kleine Flecken. Hier sieht man es noch so ein bisschen ansatzweise. Aber die Fallen sind jetzt sehr, sehr stark rot gefärbt. Im Frühjahr ist es immer ein bisschen anders. Wenn nur ein bisschen leichte Rotfärbung kommt, dann haben die so kleine Flecken überall auf der Falle drauf. Rote Flecken. Sieht super aus. Jetzt ist natürlich alles schon nachgedunkelt. Alles tiefrot. Und ja. Manchmal verschwinden die auch komplett. Kommen dann aber erst im nächsten Jahr wieder. Tiger Fangs zeige ich euch noch. Die sieht auch toll aus. Hier nehmen wir mal die hier raus. Auch eine, die sehr große Fallen macht. Über vier Zentimeter. Weit über vier Zentimeter sind da drin. Die Zähne. Ja, auch so. Also da ist wahrscheinlich in der Vergangenheit irgendwann mal was so Sharktoos-mäßiges eingekreuzt worden. So ganz langgezogene, dreieckige Zähne. Und wie gesagt, riesengroße Falle. Und auch schöne Ausfärbung. So. Hier, Trichterfalle. Das, huuuh, absolutes Highlight. Hm, die hier nehmen wir. Da sieht man es, glaube ich, ganz gut. Gut. Trichterfalle, ratet mal, wo die herkommen. Aus dem Labor von Dr. König. Und er hat die Samen, er hat mal Samen ausgesät. Und Dr. König hat ja immer sehr viel experimentiert. Und da hat er mal Samen in Colchicin eingelegt. Ich weiß jetzt nicht genau, was genau das bewirkt. Ist aber irgendein chemischer Stoff, der nicht ganz unschädlich ist. Und daraufhin hat er aus diesen Samen diese Trichterfalle hier herausgezogen. Und die Trichterfalle ist schon was ganz Einmaliges. Die macht eben diese Trichterchen. Guckt mal hier. Hier sieht man es sehr schön. An dieser Falle hier. So. Also wie so ein Trichter geht es hier hoch. Und dann haben wir hier die Falle. Und die ist jetzt immer vorne zusammengewachsen. Bei der Cup Trap ist sie immer hinten zusammengewachsen. Und bei der Trichterfalle genau umgekehrt. Und so im Seitenprofil sieht es halt wie ein Trichter aus. Daher rührt halt dieser Name. Was die auch noch hat. Also die macht grundsätzlich auch wieder zwei Plattformen. Normale und Trichterfall. Und die Trichter kommen meistens auch im Frühjahr. Und auf jeden Fall so im Spätsommer, im Herbst. Und die macht jetzt auch diese Schuppen auf den Stielen drauf. Wie die Schuppenstiel 1 vorhin. Und ja, auf jeden Fall ein toller Klon. Und hier sieht man es nochmal ein bisschen besser bei der. Mal den Topf nochmal raus. Also hier sieht man auch die Schuppen wieder sehr sehr schön hier drauf. Auf dem Blattstiel. Und hier haben wir jetzt nochmal diesen typischen Trichter. Der auch meistens immer an so einem langen Petitool hier dran hängt. Und das eigentliche Blatt ist eigentlich ziemlich klein und mickrig hier unten. Und das ist dann dieser Trichter. Und ich kann mich noch erinnern, wo wir 2007 den allerersten Carnivorenstammtisch hier in Ludwigsburg gemacht haben. Da ist Dr. König auch gekommen. Und da hat er damals die Trichterfalle dabei gehabt. Und zu dem Zeitpunkt hast du die nirgends bekommen. Das war eines der seltensten Klone überhaupt. Und er hatte ein paar Exemplare dabei und waren alle recht froh, wo wir so eine ergattern konnten. Weil das war echt einer der stark gefragtesten Klone zu der damaligen Zeit. Heutzutage ist er ein bisschen untergegangen. Aber auf jeden Fall absolut coole Pflanze. Weiter geht es hier mit der Triton. Toller Klon wurde von Sven Leohar 2009 entdeckt. Den Namen habe ich allerdings vergeben. Triton, da steckt das Wort 3 drin, weil es sich auf die drei Eigenschaften der Pflanze bezieht. Wir haben einmal so ein sehr grünlich-gelbliches Erscheinungsbild. Wir haben hinten auch wieder Verwachsene fallen, wie bei so einer Cup Trap. Und wir haben diese sehr speziellen Zähne, die wie bei einer Fuse miteinander verwachsen sind. Die sehen aber so aus, wie wenn sie oben dann nochmal abgeschnitten wären. Und wie ihr sehen könnt, da ist auch eine Fliege drin. Hier auch. Also die Pflanze ist auf jeden Fall noch imstande zu fangen. Wir können ja mal spaßhalber eine schließen hier. Es dauert ein bisschen, aber es funktioniert. Und die Pflanze kann auch noch verdauern. Auf jeden Fall ganz tolle Pflanze. Mag ich sehr gerne. Dann haben wir hier UK One. Die hat Christian Klein 2003 von der EEE aus Reading in London mitgebracht. Ich nehme mal, die hier sieht schön aus. Ich halte es UK 2, aber die brauchen wir eh auch. Und die UK One hier. Also UK steht einfach für United Kingdom. Und Christian war, wie gesagt, im Jahr 2003 auf der EEE dort. Und hat sich da diese Pflanzen gekauft oder erhalten. Das weiß ich jetzt nicht. Und die UK One, die wächst ziemlich flach. Macht sehr große Fallen. Hat auch diese Sägezähne. Sharktus mäßig so ein bisschen. Und färbt sich richtig schön aus. Die UK 2 hingegen. Die haben wir hier. Die macht ein bisschen kleinere Fallen. Wächst in der Regel auch eher ein bisschen aufrechter. Die ist gerade ziemlich flach. Aber die steht eigentlich sonst mehr nach oben. Und macht eher längere Blätter, kleinere Fallen. Färbt sich aber auch ganz schön aus. Das sind die zwei. Stellen wir die mal wieder zurück. Und dann gucken wir mal, welche wir als nächstes rausziehen. Ja, Vertical Curved Traps. Das ist noch was ziemlich Geiles. Vor allem, weil die halt auch sehr interessante Fallen macht. Boah, ist die geil ausgefärbt. Wow. Guck mal diese Falle hier an. Ist das ein intensives Rot. Und die hat halt, ja, die macht teilweise sehr gebogene Fallen hier. Und steht halt aufrecht. Hat nur so ganz, wow, da ist hier auch alles rot gefärbt. Krass. Also mega Ausfärbung auch dieses Blatt hier. Das ist schon fast schwarz. Geile, geile Pflanze auf jeden Fall. Ja, aber typischerweise ist die halt sehr gebogen. Gerade nicht. Kommt halt auch nicht immer vor. Virides haben wir hier noch. Das ist so ein grüner Klon. Aber das haben wir schon genug gesehen. Jetzt gehen wir hier mal zu Wacky Traps. Ich habe es vorher schon mal angedeutet, wo wir die Mars uns angeschaut haben. Ich mache mal das Moos noch so ein bisschen weg. Dann sehen wir da ein bisschen besser hin, dieses dumme Moos immer. Ja, Wacky Traps, die erinnert so, also die sieht ein bisschen anders aus als die Mars, weil die fallen Hälften sind noch ein bisschen größer, sage ich mal. Ist aber auch wieder so sehr sukkulent. Und wenn wir uns die mal von der Seite anschauen, dann, also die wird auch öfters mal als Bart Simpson bezeichnet, weil die von der Seite so wie die Frisur von Bart Simpson aussieht. Und die heißt halt Wacky Traps, aka Bart Simpson, steht auch oft dran. Sieht aber im Endeffekt so ein bisschen wie die Mars auch aus, aber irgendwie ein bisschen schöner, finde ich, weil die einfach größere Fallen macht. Und ja, gibt es auch schon sehr lange, sehr cooler Klon auf jeden Fall. Weinrot hätten wir hier noch, schöne rote Form von Dr. König. Dann haben wir hier die Wehrwolf. Das ist auch noch was ziemlich Cooles. Da sehen die die Zähne oder die Fallen wie so Wehrwolf-Klauen aus. Die hat so ganz kleine, scharfe Zähne. Jetzt im Sommer auch einen sehr aufrechten Wuchs, im Frühjahr eher ein bisschen flacher. Färbt sich allerdings nicht so richtig intensiv rot aus. Bleibt eher so grünlich mit so einem leichten roten Touch drauf. Nur interessanterweise ist aber hier, oder was interessant ist, einfach wenn die blüht und Samen ansetzt. Bei den Samen kommen sehr viel unterschiedliche Pflanzen wieder raus, die auch ähnliche Eigenschaften aufweisen wie die Wehrwolf. Da lohnt es sich also auf jeden Fall mit den Samen zu experimentieren. Vielleicht auch mal was Cooles reinzukreuzen. Der rote Wehrwolf wäre zum Beispiel immer ganz cool. Arbeite ich zwar auch dran, ist aber leider noch nie gefallen. Das rote vererbt sich immer sehr schlecht. Und die Eigenschaften von einer Mutterpflanze mit einer roten Pflanze zu kombinieren, ist ganz, ganz schwierig. Und rote Trichterfalle arbeite ich auch schon sehr lange dran zum Beispiel. Oder was auch ziemlich geil wäre, wenn man quasi einen Mix aus Trichterfalle und Cup Trap hätte. Also eine, die vorne zu ist, die hinten zu ist. Und dann hat man quasi wie so einen Ring quasi oder eine Wöhre die Falle. Das wäre ziemlich geil, aber ja, ist leider noch nicht gelungen. Hier haben wir noch was Schönes, die Yellow Fused Tooth. Ist auch eine Fused Tooth, die aber nicht so intensiv rot wird. Vom Gelb sind wir jetzt auch noch ein bisschen entfernt. Aber sie hat nur so ganz leicht rot angehauchte Fallen. Hier ist mal eine, die ein bisschen mehr ausgefärbt ist. Aber auch auf jeden Fall eine interessante Pflanze. So, was zeige ich euch noch? Z02 vom Ian Salter. Oh, ein geiles Teil. Wird auch riesengroß. Richtig schöne, dunkle Fallen. Also Ian kommt ja aus Wales und der hat auch eine ganz tolle Sammlung. Ich habe ihn auch schon öfters besucht. Wir haben ja auch schon mal bei ihm gefilmt. Er hat dieses tolle kiesige Moorbeet im Garten. Und macht auch sehr viel mit Kreuzungen bei Sarazenia, aber auch bei Fliegenfallen. Und diese Z02 Ian Salter hier ist auf jeden Fall auch ein sehr gelungenes Projekt. So, dann hätten wir hier nochmal, na, die nehmen wir noch rein. Eine letzte vom Dr. König, die Zickzackblatt. Die macht hier am äußeren Rand immer so, jetzt gucke ich mal, wo sieht man es denn gut. Bei der, ich mache die mal zu, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Ne, wenn sie offen ist, sieht man es besser. Hier, da können wir gut hinfilmen. Und die macht hier außen diesen starken Zickzackrand und hat so einen ganz massiven Rand. Das sieht auch ziemlich cool aus. Und das ist auch wieder eine vom Dr. König. Hier in dem Bereich haben wir jetzt nochmal so ein paar Standortformen. Ja, es gibt auch von Dionea Standortformen. Haben sich auch so über die Jahre ein paar bei mir angesammelt. Ich möchte euch einmal diese hier zeigen. Aus dem Carolina Beach State Park in North Carolina. Auch eine ganz schöne, das ist einfach so ein Naturpark dort, wo die halt ursprünglich auch wachsen. Und das ist auf jeden Fall so eine Naturform. Sehr, sehr schön. Große, rote Fallen und bleibt eher so am Boden aufliegend. Dann habe ich hier Green Swamp. Brunswick County, auch North Carolina. Kommt diese Pflanze hierher. Auch eine schöne Naturform. Geht mehr so in die Höhe. Kriegt aber auch große, tiefrote Fallen. Wir machen auch hier nochmal den Test. Oh ja, funktioniert. Und ja, so sieht einfach eine typische Dionea aus. Und das sind halt, wie gesagt, diese Standortformen. Dann, was für einen haben wir noch hier? Wilmington ist noch ein schöner Standort. Die hier. Die wird jetzt nicht ganz so groß, aber färbt sich auch so schön rot aus. Auch wieder North Carolina und Wilmington. Das wird ja immer so als der Standort angegeben, wo die Fliegenfalle herkommt. Es ist auch nur ein kleines Gebiet, das sich da so auf wenige hundert Kilometer Umkreis beschränkt. Und dann habe ich hier noch eine, die ist mit einem Standort angegeben. Den habe ich auch schon öfters mal gesucht. Aber ich finde da nichts drüber. Und das ist auch irgendwie ein bisschen mysteriös. Die kommt nämlich aus Florida. In Florida gibt es aber keine wildwachsenden Fliegenfallen. Und Red Road 20 Oxford Florida Clone 3 steht jetzt hier auf dem Schildchen drauf. Habe ich mal von Stefan Lenzen erhalten. Es gibt zwar diese Red Road. Es gibt auch den Ort Oxford. Aber es gibt nicht irgendwie so Red Road 20. Da habe ich einfach nichts gefunden, wo ich mal ein bisschen gegoogelt habe. Und weiß nicht, ob die vielleicht bei jemandem aus dem Garten raus ist. Ist aber auf jeden Fall eine komplett grüne. Die bleibt einfach komplett grün. Ja, das sind so ein paar Standortformen, die ich hier noch so im Bestand habe. Und hier haben wir noch die Variante Heterophylla. Die steht hier noch. Ist auch noch eine ganz grüne Form. Sieht aber auch wieder sehr, sehr schön aus. Mit großen Fallen und einem schönen Grün einfach. Also ihr seht schon, es ist super viel Abwechslung drin. Es ist natürlich viel dabei, was sich sehr ähnlich aussieht. Es sind aber auch sehr viele unterschiedliche Sachen dabei. Wahrscheinlich gefällt nicht jedem alles. Aber es ist, wie gesagt, für jeden etwas dabei. Ob man jetzt große mag, rote, grüne, aufrechte, flache, verformte Zähne, verformte Fallen. Also es ist so viel Abwechslung drin. Und ich denke auch immer, wenn ich so ein bisschen kreuze, es gibt doch schon alles, was sollte noch kommen. Aber man wird jedes Jahr aufs Neue überrascht. Und es kommen immer wieder neue Formen. So wie diese hier zum Beispiel. Auch was extrem Geiles, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir richtig gut. Die ist eine von meinem Zugprogramm. Die lernt ihr dann also erst im nächsten Video kennen. Ja, ich frage auch noch keinen Namen. So, es war jetzt natürlich ein sehr langes und umfangreiches Video. Ich hoffe, ihr habt bis zum Schluss durchgehalten. Und es war auch einigermaßen spannend. Falls ihr euch für noch mehr verschiedene Fliegenfallen-Formen interessiert, kann ich euch nur wärmstens dieses Buch hier empfehlen. Das ist am Anfang sehr allgemein gehalten. So ein bisschen Kultur und Herkunft von den Fliegenfallen. Und hinten haben wir ein komplettes Kapitel mit verschiedenen Klonen drin, die hier alle sehr ausführlich beschrieben sind. An dem Buch habe ich selber mitgewirkt. Und es war auch meine Aufgabe, diese ganzen Klone hier zu beschreiben. Das Buch haben wir in 2012 allerdings schon geschrieben und erstellt. Ist also schon ein paar Jährchen alt. Es ist nicht up to date. Und es sind nicht alle aktuellen Pflanzen drin. Aber wenn ihr euch interessiert, kann ich euch das Buch nur wärmstens empfehlen. Ich verlinke es euch auch mal unten oder stelle es einfach mal unten rein in die Videobeschreibung. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch natürlich gefallen. Und es geht dann bald weiter im zweiten Teil mit den Resultaten aus meinem eigenen Zuchtprogramm. Da schauen wir da nochmal die Klone alle ganz genau an. Und zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!